Herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Hendrik und heute hier aus dem verschneiten Wien. Es ist mittlerweile arschkalt geworden. Ich liege gerade auf meinem Sofa, schaue in den Himmel, der leider nicht von Sternen geprägt ist, sondern grau ist, weil es schon wieder schneit. Hatte die letzten Tage sehr viel zu tun. Hatte heute auch wieder eine Praxiseinheit mit einem meiner Coaching-Teilnehmer. Dafür möchte ich euch auch gleich noch so ein bisschen berichten, dass du auch was mitnehmen kannst, lieber Zuhörer, dass du was lernen kannst, was du für dich umsetzen kannst, dass du mehr Dates mit attraktiven Frauen bekommst, dass du deine Ansprechangst besiegst, dass du all die Erfahrungen machen kannst, die ich schon machen durfte, die viele meiner Coaching-Teilnehmer schon machen durften. Denn das wünsche ich dir auf jeden Fall vom ganzen Herzen. Genau, also die letzten Tage, ja, die waren absolut, absolut erschöpfend. Deswegen bin ich jetzt auch gerade müde und man muss vielleicht das ein oder andere mal länger nachdenken, bevor ich ein Wort finde. Wollte jetzt eigentlich pennen gehen, aber ja, ich muss die Podcast-Folgen machen. Und es ist halt nun mal so, wenn man, ja, selbstständig ist, dann arbeitet man selbst und ständig. Es gibt viel zu tun. Ja, ich glaube, viele stellen sich das sehr entspannt und einfach vor, wenn man irgendwie, ja, Männer dabei hilft, mehr Frauen kennenzulernen. Dachte ich mir früher auch, dass es entspannter ist, ist es nicht. Macht aber dennoch sehr viel Spaß, deswegen mache ich es auch gerne. Deswegen arbeite ich auch gerne den ganzen Tag von früh nach dem Aufstehen bis abends nach dem Abendbrot beziehungsweise, ja, ich esse ja eigentlich immer relativ früh. Also, wenn man den ganzen Tag arbeitet, aber Dinge tut, die man gerne macht, dann ist es okay. Es ist ein fairer Deal. Und man bekommt dann irgendwann auch mal mehr raus, als jemand, der ein normales Angestelltenverhältnis hat. Also, grundlegend, macht was aus eurem Leben, Leute. An der Stelle nochmal, ja, gesagt. Gut, ja, warum waren die letzten Tage so aufregend? Ich habe mit dem Joey, mit dem lieben Joey, ein Wochenende in Budapest verbracht. Da haben wir auch schon eine Podcast-Folge zu aufgenommen. Das müsste dann die letzte sein, die rausgekommen ist. Und war sehr, sehr cool, sehr ereichsensreich. Ich wurde dann leider krank. Ich bin eigentlich fast nie krank. Aber wir waren halt in solchen Thermalbädern unterwegs. Und, ja, wenn man halt vier Stunden im Thermalbad ist und nasse Haare hat und dann noch bei Minusgraden draußen rumsteuert, dann ist die Gefahr einfach groß, dass auch selbst der stabilste Körper mit dem stärksten Immunsystem mal krank werden kann. Das Schöne ist tatsächlich, dass wenn man weiß, wie man das abwehrt, dass es dann eben nicht ewig dauert, sondern dass man dann in der Regel schnell auch wieder gesund ist. Ich selbst habe das damals für mich herausgefunden, dass ich das über die Ernährung regeln kann und über gewisse andere Dinge, ohne mir irgendwelche Arzneimittel in den Rachen reinschmeißen zu müssen. Das funktioniert natürlich nicht bei jedem Kram. Also wenn man jetzt natürlich irgendwelche stärkeren Krankheiten hat, dann ist es vielleicht dann doch besser, mal zum Arzt zu gehen. Aber wenn es eine Erkältung ist oder eine leichte Grippe, dann gehe ich da nicht zum Arzt, sondern regle das alleine. Ich mache das dann halt immer so, dass ich aufhöre zu essen. Einfach deswegen, weil ich weiß, wenn man aufhört zu essen, wenn man fastet, dann ist der Entzündungswert bedeutend geringer. Also der senkt sich extrem nach zwölf Stunden Fasten. Das ist ja auch, kann man nachlesen, wenn man sich damit beschäftigt und wenn man es mal selber probiert, wird man es auch merken, was das für einen positiven Effekt auf den Körper hat. Heißt, wenn ich halt merke, dass ich ein bisschen Halsschmerzen habe oder ein bisschen Schnupfen kriege oder ich bin einfach müde, dann höre ich auf zu essen. Dadurch senkt sich, wie gesagt, der Entzündungswert im Körper und ja, jede Krankheit beruht auf einer Entzündung. Dementsprechend geht die Krankheit dann auch schneller weg und die Selbstheilungskräfte werden aktiviert. Und es ist halt nicht so wie bei Arzneimitteln. Arzneimittel sind ja in der Regel dazu da, deine Symptome zu mildern oder zu bekämpfen, wie auch immer. Aber es geht halt selten an die Ursache ran. Und im Endeffekt hilft dir auch nur jedes Arzneimittel dabei, deine Selbstheilungskräfte zu stärken. Ja, grobes Beispiel Fieber ist einfach dazu da, dass du eben schlussendlich deinen Stoffwechsel ankurbelst, dass dein Körper schneller arbeiten kann und dementsprechend auch die Dinge, die in deinem Körper bekämpft werden müssen, bekämpft werden können auf einer höheren Temperatur. Heißt, Fiebersenkmittel sind halt auch nicht immer clever. Ich merke schon, ich drifte zu sehr ab in die Gesundheitsschiene. Ich habe das halt jahrelang gemacht, auch beruflich und habe da nach wie vor auch noch viele Kunden, die ich da betreue. Deswegen kenne ich mich da ganz gut aus. Jedenfalls, long story short, ich mache das immer so, ich höre oft zu essen, wenn ich merke, ich werde krank. Und dann bin ich meistens nach zwei Tagen wieder topfit. Und das war auch diesmal so. Ja, nachdem ich dann wieder fit war, habe ich dann ein paar Sachen nach Deutschland gebracht, weil ich aus meiner Wohnung ausziehen werde. Da werde ich später nochmal irgendwann darüber erzählen, warum, wieso ich auch Wien erstmal verlasse. Dann bin ich noch in Prag gewesen bei meiner einen Freundin. Das war ziemlich cool, ein bisschen am Weihnachtsmarkt gewesen. Und ja, wieder zurück nach Wien. Coaching-Teilnehmer, Praxiseinheiten, standen an. Das ist immer so, dass ich mit meinen Coaching-Teilnehmern da das Ganze mal vorbereite. Heißt, ja, Kommunikationstrainings-Einheiten mache, wir ein Gesprächsleitfaden durchgehen, dass man nicht ganz blauäugig und blind auf die Frauen zugeht, sondern schon ein bisschen System dabei hat. Und wir gewisse Dinge halt im Vorfeld besprechen, wie es auch abläuft, dass auch wirklich die Tage optimal genutzt werden, dann in den Praxiseinheiten. Und ja, dann trifft man sich entweder in Wien oder dort, wo ich eben gebucht werde. Ja, es gibt ja alle möglichen Möglichkeiten. Ich hatte schon Coaching-Teilnehmer, die mich nach Kiew haben einfliegen lassen oder nach Bukarest. Aber ja, also ich war eigentlich schon an vielen Orten im deutsch- und englischsprachigen Raum. Es ist mir eigentlich auch wurscht. Ja, also ich möchte halt schlussendlich, dass meine Kunden Ergebnisse haben. Und wenn halt jemand sehr beschäftigt ist und nicht extra nach Wien kommen kann, dann kann man da auch ein bisschen draufzahlen und dann komme ich auch gerne dahin, wo ich gebraucht werde. Genau, so läuft das ab. Und ja, wir haben den ersten Tag Gas gegeben. Aber ich war definitiv nicht zufrieden mit meinem Coaching-Teilnehmer, weil er sehr viele Gespräche hat liegen gelassen. Also bedeutet, ich gebe dann halt auch immer Ziele vor beziehungsweise setzen wir uns zusammen. Gesprächsziele, da ist es dann auch egal, was bei rumkommt im Gespräch. Da geht es halt nur darum, wirklich mal Hallo zu sagen und ja, dass man versucht, mal wirklich drin zu bleiben. Das ist immer unterschiedlich, je nachdem, was man für eine Ausgangslage hat. Er hat in dem Fall halt auch eine schlechte Ausgangslage gehabt. Bedeutet, er hatte sehr viel Ansprechangst. Er hat das noch nie gemacht vorher und hatte auch negative Glaubenssätze in Bezug aufs Frauenansprechen. Bedeutet, ja, ist nicht die beste Ausgangslage gewesen. In dem Fall muss man halt erstmal ein paar Gespräche machen, dass man mal alles erlebt. Dass man mal harte Abfuhren erlebt. Dass man mal erlebt, dass man komplett ignoriert wird. Dass man mal erlebt, dass Frauen auch positiv reagieren, auch wenn man sich vielleicht dumm anstellt. Und dass man auch mal erlebt, dass ja auch Frauen einfach ein Gespräch übernehmen teilweise, wenn man die anspricht und das Ganze von sich aus machen. Ja, all das passiert, wenn man eine gewisse Anzahl von Gesprächen macht und wenn man gar keine Erfahrung hat und fleißig ist und sich einen gewissen Modus erarbeitet, also diesen Hunter-Modus, dieses Momentum, diesen I-don't-give-a-fuck-Modus, dann kann auch der gröbste Anfänger gute Ergebnisse haben. Das Problem war halt nur, dass er es nicht geschafft hat, diesen Modus zu erschaffen am ersten Coaching-Tag, was damit zusammenhing, dass er teilweise oft einen Rückzieher gemacht hat. Bedeutet, ja, wir haben eine Frau gesehen, die hat ins Raster gepasst, er hat ewig rumgeeiert, er sich dann dafür entschieden hat, dass er es machen möchte. Teilweise hat er es dann auch sich dagegen entschieden, hat es nicht gemacht und ist dann teilweise hinterhergelaufen und hat dann irgendwelche Ausreden gefunden, warum er es doch nicht machen soll. Ach nee, die ist gerade noch zum Bäcker reingegangen, kann ich nicht ansprechen. Ach nee, die hat böse geschaut, kann ich nicht ansprechen. Ach nee, die hat sich schon umgedreht, die hat mich schon gesehen, das wäre jetzt komisch, wenn ich die anspreche. Bla 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 bla. Alles Ausreden vom Gehirn, die dich davor bewahren, nicht aus deiner Komfortzone rauszugehen. Dein Gehirn will einfach nicht, dass du aus deiner Komfortzone rausgehst. Das ist reine Psychologie. Früher in der Wildnis hat es bedeutet, wenn man aus der Komfortzone rausgeht, dass man eventuell stirbt und genau dasselbe Gefühl gibt dir dein Unterbewusstsein, wenn du eben eine Frau ansprechen musst, die du nicht kennst. Wenn du das noch nie gemacht hast, ist es umso stärker das Gefühl. Da kann man halt wirklich dann einfach nur mal so dieses rationale Denken ausschalten und es einfach trotzdem machen, um seinem Gehirn zu beweisen, es ist nicht schlimm, ich sterbe nicht dabei. Wenn ich einen harten Korb bekomme, ist es scheißegal und es gibt auch Frauen, die gut reagieren. Das muss man seinem Gehirn erstmal am Anfang beweisen. Dass es funktionieren kann. So in dem Fall hat er es sich am ersten Tag nicht beweisen können, weil er leider in den zwei Stunden, wo wir draußen waren, ganz, ganz wenig gemacht hat. Also wenn er mal hingegangen ist, dann immer halbherzig, rumgeeiert, ohne Charisma und hat halt auch sehr oft gar nicht erst die Gespräche gemacht, weil er vorher abgedreht ist. Und dadurch kommt man halt gar nicht in dieses positive Momentum rein, sondern in eine Negativspirale. Weil jedes Mal, wenn du eine Frau vorbeilaufen lässt, wo du dir überlegst, könnte ich machen, signalisierst du deinem Gehirn, ich bin nicht aus der Komfortzone rausgekommen und ich bin nicht gestorben, also ist das gerade gut gewesen. Das ist das, was in deinem Unterbewusstsein abläuft. Aber das ist ja nichts, was die Ergebnisse liefern kann. Der bessere Weg ist der, zu sagen, ach komm, scheiß drauf, ist mir egal, ob die zum Bäcker reingeht oder ob die mich angeschaut hat vorher oder nicht. dann erst recht, ist doch eh eine bessere Situation. Im Bäcker ist es entspannter, ist es warm. Oder die hat mich doch vorher schon mal gesehen, das ist doch eine Einladung, dass ich die mal anspreche. Ja, das sollten deine, das sollten deine Glaubenssätze sein. Und dann halt einfach mal machen und sehen, hey, es passiert nichts Schlimmes. Das ist der richtige Weg. Hat er am ersten Tag nicht gemacht. Ja, musste dann auch mal mich erleben mit schlechter Laune, dementsprechend. Ja, das kennen ein paar Coaching-Teilnehmer von mir ganz gut. Manche aber nicht. Die, die fleißig sind, kennen das nicht. Die, die nicht fleißig sind, die, die unter ihm Niveau arbeiten, die erleben mich auch mal schlecht gelaunt und kriegen auch mal eine harte Ansage von mir, dass es auch mal unschön ist vielleicht. Dass man sich am Abend vielleicht auch mal ein paar Gedanken macht als Coaching-Teilnehmer. Aber das Schöne ist, dass 99% von denen, die eine Ansage bekommen, von mir auch eine gute Reaktion folgt. In dem Fall war das so. Wir haben dann am nächsten Tag einen wundervollen Tag gehabt. Einen sehr schönen Tag, der mich selbst glücklich gestimmt hat, weil er einfach gemacht hat. Er hat schnell die Gespräche gesucht, hat sich schnell in einen I-don't-give-a-fuck-Modus gearbeitet, hat sich ein paar Körbe abgeholt und hat auch auf einmal Frauen angesprochen, die gut reagiert haben. Ja. Und da war er selbst verblüfft, weil er das nicht geglaubt hatte vorher, dass es das überhaupt gibt. Sein Mindset war, ach, ich geh den doch auf den Sack, ich belästige die doch. Ich selbst weiß, dass es halt Bullshit ist, so zu denken, weil wenn man vernünftig auf die Frau zugeht, mit Charisma, mit einer positiven Energie, gibst du denen ja was. Nämlich ein Kompliment. Egal, ob es klappt oder nicht, die freuen sich in der Regel drüber, außer die, die einen tiefen Stock im Arsch haben. Aber das hängt dann nicht mit dir zusammen, das hängt dann mit den Frauen zusammen. Ja, das hat dann nichts über dich auszusagen, sondern es sagt mehr über die Frau aus, die schlecht reagiert, wenn du es vernünftig machst. Also, in dem Fall, genau, hat er sich dann so die ersten positiven Reaktionen erarbeitet. Da waren Frauen dabei, die wollten ihn auch gerne kennenlernen. Er selbst hat sich dann leider aus dem Gespräch rausgeschmissen, weil in seinem Kopf er schon zufrieden war, dass er überhaupt mal ein bisschen mit den Frauen gequatscht hat. Und er hat sich dann halt einfach selber aus dem Gespräch entfernt, weil er Angst hatte, weiterzumachen. Was aber nicht schlimm ist, das gehört halt dazu, das ist Teil des Prozesses, gerade wenn man viel Ansprechangst hat. Und dementsprechend konnten wir dann auch die weiteren Schritte gehen, länger im Gespräch drin bleiben und auch mal diesen Satz über die Lippen bringen, hey, lass uns doch mal was zusammen machen. Hey, spricht was dagegen, wenn wir mal zusammen uns auf dem Glühwein treffen. Ja, das muss natürlich dann auch mal kommen, dass man das auch lernt, weil man dann auch aufgeregt wird, wenn es vorher gut lief und man diesen Satz sagen muss oder einen dieser Sätze sagen muss. Ja, und auch das haben wir dann geschafft und es hat dann auch funktioniert am zweiten Tag bei einer richtig hübschen Frau, die sogar telefoniert hat, als er sie angesprochen hat. Und ja, dementsprechend waren dann die ganzen negativen Glaubenssätze beiseitig, die sich über mehrere Jahre, in dem Fall über 40 Lebensjahre, angehäuft haben. und auf einmal, ja, hatte ich einen glücklichen Coaching-Internehmer, ich war glücklich und wir haben am dritten Tag nochmal richtig Gas gegeben zusammen und schlussendlich richtig, richtig, richtig geile Ergebnisse produziert und ja, innerhalb von wirklich drei Tagen eine extrem krasse Leistungskurve gehabt, also eine extrem krasse Entwicklungskurve, wo ich dann teilweise selber auch schon überrascht bin, was alles möglich ist, ja. Und natürlich, da gehört einiges dazu, da gehört Vorarbeit dazu, ja, wir haben beispielsweise auch ein gutes Outfit zusammengestellt für ihn, jetzt sieht er halt auch richtig, richtig gut aus, wenn er auf die Frauen zugeht. Er weiß jetzt, was zu tun ist von der Körpersprache her am Anfang, mit welcher Energie man reingeht im Gespräch, was man sagen kann, wie man dann reagiert, wenn die Frau das und das sagt, wie man ein geiles Gespräch aufbaut, wie man dann auch zum Abschluss ansetzt, dass man auch wirklich eine Date-Zusage bekommt, eine Telefonnummer bekommt von einer Frau, die einem gefällt und eben, ja, auch eine Frau für sich gewinnt und nicht nur irgendeine Telefonnummer. Und natürlich ist es dann so, dass man auch das Ganze verfestigen muss, ja, in dem Fall, seine Aufgabe ist jetzt in den nächsten Tagen natürlich auch weiter Gas zu geben, in seiner Stadt, wo er herkommt und dort eben das Ganze, was wir jetzt gelernt haben, weiter auszubauen, zu verfestigen und sich dann eben auch Ergebnisse zu erarbeiten, fleißig zu sein, weil, wie gesagt, Fleiß zahlt sich immer aus, das Leben gibt einem immer das, was einem zusteht, wenn man keine Ergebnisse hat, steht es einem halt noch nicht zu. Er hat sich Ergebnisse erarbeitet, weil er fleißig war, weil er viel auf die Fresse bekommen hat, aber weil er durchgezogen hat und die Dinge umgesetzt hat, die ich mit ihm besprochen habe. Genau, also grundlegend war das eine sehr schöne Zeit, ja, ich freue mich immer drüber, über jeden Coaching-Thernehmer, der sich für die Praxiseinheiten entscheidet, wo auch immer das dann stattfindet. Mir macht das sehr viel Spaß, ich feiere das. Es ist, das ist wirklich absolutes Leben, ja, das ist mein Ausgleich zu der ganzen Computerkacke, die ich dann natürlich auch mal machen muss, nebenbei. und es ist einfach geil, wenn man umsetzt, wenn der Kunde umsetzt, dann sitze ich auch lachend zu Hause auf meinem Sofa und nehme auch gerne mal noch um 23 Uhr irgendwas, eine Podcast-Folge auf, obwohl ich morgen wieder früh um 6 Uhr aufstehen muss. Genau, so kann das ablaufen. Ja, ich wünsche dir lieber Zuhörer natürlich, dass du das auch für dich mal umsetzen kannst, sowas, ja, bedeutet, wenn du jetzt noch am Anfang stehst und auch genauso eine schlechte Ausgangslage hast, wie der Coaching-Thernehmer, von dem ich gerade geredet habe, dann kann ich dir sagen, alles ist möglich, deine Grenzen bestehen nur in deinem Kopf. Du musst dir erlauben, gewisse Dinge zu machen, dann musst du sie machen und dann wirst du feststellen, warte mal, krass, was da alles funktioniert, heftig. Ja, ich meine, bei mir ist es halt so, dass ich selbst wenige negative Glaubenssätze mit mir rumschleppe, meine Coaching-Thernehmer meistens viele, ich in den Coaching-Thernehmern halt mehr Potenzial sehe, meistens als sie selbst in sich sehen und ich halt auch glaube an meine Coaching-Thernehmer, die zu mir kommen, ja, weil sonst würde ich dir gar nicht mein Coaching reinlassen und das war jetzt auch wieder so ein klassischer Fall von, ja, jemand, der nach Wien gekommen ist und zu mir vorher gesagt hat, ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das hinbekomme und ich dachte mir so, okay, das ist schlecht, aber ich weiß, dass du es hinbekommen wirst, wenn du die Dinge machst, die ich dir sage, ganz einfach und so war es dann schlussendlich auch und dementsprechend, ja, war das eine geile Zeit und, ja, long story short, ich wünsche dir das auch, dass du das auch für dich löst, Frauen kennenlernst, mehr Dates hast und wenn du Bock hast auf so eine Zusammenarbeit, dann trag dich ein bei mir für ein kostenloses Beratungsgespräch, das ist immer der erste Schritt, den Link findest du dazu unter dem Podcast, unter der Podcast-Folge bei meinen YouTube-Videos, Hendrik Marti, heiße ich dort bei YouTube, da kannst du einfach mal suchen, da wirst du es finden, bei Instagram findest du mich auch, da kannst du mir auch privat schreiben und dir einen Termin mit mir ausmachen, dann sprechen wir mal über deine aktuelle Situation, ich gebe dir schon mal so ein paar Ratschläge, kostet dich nichts und, ja, sollte eine Zusammenarbeit Sinn machen, über längeren Zeitraum, stelle ich dir das natürlich auch vor und dann kannst du auch einer von den Coaching-Ternehmern sein, die mit mir hart zusammenarbeiten werden, die auch mal in den Arsch getreten werden, die auch mal eine Ansage bekommen, wenn sie nicht zügeln, aber die auch richtig geile Ergebnisse haben werden, wenn sie einfach das umsetzen, was wir zusammen besprechen und zusammen üben. Also in dem Sinne freue ich mich auf dich am Telefon. Oh ja, Mann. Bald ist es das neue Jahr. Ich weiß nicht, wann die rauskommt, die Folge, aber ich sage mal so, das Coaching wird nicht günstiger. Ja, es ist natürlich so, dass jeder, der schnell kommt, auch definitiv günstiger im Coaching wegkommt, als jemand, der vielleicht in einem halben Jahr, in einem Jahr oder in zwei Jahren bucht. Das ist klar. Dementsprechend rate ich dir dazu, wenn du dich damit beschäftigst, sowas mal zu machen, mach es jetzt. Trag dich ein. Ja, und dann kannst du auch die Zeit, die du nachdenkst, schon mal sinnvoll nutzen und dir die ersten Ergebnisse erarbeiten, weil du wirst danach sowieso weitermachen müssen. Also es spricht eigentlich nichts dafür zu warten. Es ist absolut dämlich zu warten, wenn man Bock hat auf sowas. Es wird teurer mit jedem Jahr, mit jedem Monat, weil es einfach intensiver wird immer und weil natürlich auch mehr Anfragen reinkommen, wenn ich das weiter persönlich machen möchte. Und ja, warum warten, Alter? Du kannst doch morgen schon Ergebnisse haben. Willst du dir jetzt weiter einen keulen oder was zu Hause? Das ist doch kacke, Mann. Lern doch endlich mal richtige Frauen kennen. Ob Lockdown ist oder nicht, wir waren draußen im Lockdown, bei Schneeregen und zur Worst-Case-Ever-Zeit und es hat einwandfrei funktioniert. Ja, es ist egal, was für eine Zeit ist. Es gibt keine perfekte Zeit. Die perfekte Zeit ist jetzt. Also in dem Sinne, trag dich ein. Ich freue mich auf dich am Telefon und wir hören uns bald im nächsten Video, im nächsten Podcast, wo auch immer. Bye, bye.